Über das Kreuz ist eine Kräftigung und zugleich Balanceübung. Du gehst in diese Grundposition und dann probierst du ein Bein und einen Arm zu strecken. Und das immer in der Abwechslung, solange wie das quasi in deinem Training vorgegeben ist. Wichtig ist, dass du das Becken nach oben hast, schön stabil bleibst und dann hier immer links, rechts. Wenn du jetzt in der Abwechslung diese Übung ausführst.